...1991, damals mit einem 16 Meter verlängert Radstadt und natürlich mit Uwe Fauser auf dem Hintergrund der Volkan. Here we go! ...1991, damals mit Uwe Fauser auf dem Hintergrund der Volkan. ...1991, damals mit Uwe Fauser auf dem Hintergrund der Volkan. ...1991, damals mit Uwe Fauser auf dem Hintergrund der Volkan. ...1991, damals mit Uwe Fauser auf dem Hintergrund der Volkan. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.